Hier geht's gleich los mit den 10 Tricks für die Oculus Quest, die du vielleicht noch nicht kanntest. Ja Leute, das ist eine etwas frühere Auskopplung von der Oculus Quest Show. Man weiß nie so ganz genau, wann Oculus das nächste Update für die Quest rausbringt und ob das Ganze dann noch Gültigkeit hat, was ich hier erzähle. Drum, wenn ihr das Video ein bisschen später anguckt, kann das vielleicht sein, dass Oculus schon wieder Sachen geändert hat. Hoffen wir natürlich nicht. Die Oculus Quest Show, kennt ihr nicht? Solltet ihr unbedingt mal reingucken. Da treffen sich nämlich ganz viele deutschsprachige VR-YouTuber beim Patrick auf dem Kanal Die Zockstube, um zusammen eine Show zu generieren für euch. Das kommt in regelmäßigen Abständen. Ich verlinke euch mal hier oben Die Zockstube und das Video dazu. So Leute, jetzt geht's aber ab zu den 10 Tricks. Hallo Servus und Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Zitronenarzt, bei eurem Doc und natürlich bei der Oculus Quest Show. Jetzt geht's los mit 10 Tricks für die Oculus Quest, die du vielleicht noch nicht kanntest. Trick 1. Home Sweet Home. Das neue Menü der Quest. Wir haben zwar nicht drauf gewartet, aber es ist doch immer nett, wenn sich die Entwickler was Neues einfallen lassen. Aktuell versteckt sich das neue Menü in den experimentellen Einstellungen und muss zuerst aktiviert werden. Danach startet eure Quest neu und ihr werdet mit einem kleinen Tutorial in die Funktion des neuen Menüs eingeführt. Warum es sich aktuell noch versteckt hält, ist mir absolut unklar. Denn das neue Menü macht alles richtig und lässt sich übersichtlicher und schneller bedienen als die reguläre Oberfläche. Ich denke mal, es ist eine Frage der Zeit, bis sich dieses neue Home Menü komplett integriert hat. Mir persönlich gefällt der Bereich der Schnelleinstellungen am besten. Mir wäre es aber auch recht, wenn man diesen Bereich noch personalisieren könnte. Trick Nummer 2. Schon mal deine Augen, Kleines. Ja, mit diesem Trick lässt sich ganz einfach der Blaufilter aktivieren bei der Oculus Quest. Ihr wisst, Blautöne von diesen LCD-Screens sind nicht gerade gut für eure Augen. Und aus diesem Grund lässt sich das auch in den Einstellungen so einstellen, dass die Blautöne reduziert werden. Schont eure Augen und ihr könnt länger ohne Tränerguss spielen. Trick Nummer 3. Grenzenloses Spielen. Die Quest nutzt ein Sicherheitssystem, welches verhindern soll, dass du gegen die nächste Wand rennst. Dieses System kann aber nicht auf größere Flächen, wie zum Beispiel 10x10 Meter oder größer angewendet werden. Du willst ein Fußballfeld zum Zocken? Kein Problem. Die Lösung ist, wer braucht schon Sicherheit? Wir schalten es aus. Dazu musst du deine Quest aber erstmal in den Entwicklermodus versetzen. Öffne deine App, geh in die erweiterten Einstellungen und aktiviere den Entwicklermodus. Eventuell musst du dich aber dort zuerst noch anmelden. Danach kannst du auf deiner Quest in den Entwicklermodus gehen und dort den Guardian ausschalten. Jetzt bist du bereit, mit deiner Quest auch auf größere Areale zu gehen. Aber aufgepasst, du hast kein Guardian-System mehr und du könntest von einem Auto überfahren werden. Also nimm dir immer eine zweite Person mit, die ein bisschen auf dich aufpasst. Aber dann macht es richtig viel Spaß. Trick Nummer 4. Der Browser kann VR. Ja Leute, euer Browser kann VR. Das heißt, ihr könnt im Browser VR-Spiele zocken. Wie geil ist denn das bitte? Geht doch einfach mal auf euren Oculus-Browser, zappt auf die Kategorie aus dem Web und dort werden euch schon verschiedene Beispielspiele angezeigt, die ihr auch direkt aus dem Browser starten könnt. Wie ihr seht, habe ich hier die Dinosaurier-App gestartet. In dieser App kann man sich ganz normal wie in einem VR-Spiel umgucken. Man kann die Steuerung benutzen. Ihr seht auch, die Controller werden getrackt. Es gibt aber auch andere Anwendungen, die jetzt nicht unbedingt für Kinder sind, sondern eher etwas für euch. Und zwar gibt es Chatrooms von Mozilla. Dort könnt ihr euch einen eigenen Chatroom einrichten, um euch nachher dort mit Freunden in einer virtuellen Umgebung zu treffen. Hier seht ihr, haben sogar die Hände ein anderes Overlay und man kann sich frei im Raum rumbewegen. Mir ganz besonders gefällt das Spiel Jumpy Balls. Das ist ein Knobelspiel. Hier muss man versuchen, mittels Physik-Engine oder Physik-Eigenschaften einen Ball ins Ziel zu bewegen. Richtig coole Sache, nicht zu installieren. Einfach starten und das Ganze läuft. Für meinen Geschmack richtig cool. Kommen wir zu Trick Nummer 5. Link und der Weg zurück. Ja Leute, seit geraumer Zeit unterstützt die Oculus Quest ja das Link-Kabel. Mit dem Link-Kabel könnt ihr die Quest mit dem Rechner verbinden und könnt somit auch die Oculus-Software nutzen, die auf eurem PC drauf ist. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt ihr von dort aus wieder zurück? Das ist eigentlich ganz einfach, wenn es einem einmal gesagt wird. Und zwar müsst ihr einfach viermal die Oculus-Taste auf eurem Controller drücken und ihr seid wieder zurück im Quest-Menü. Einfache Sache, tipptopp. Trick Nummer 6. Die Quest zeigt Arrrr. Ja Leute, die Quest kann Augmented Reality. Leider nur ein bisschen rudimentär, aber sie kann es. Dazu geht ihr erstmal in eure Einstellung, geht dort auf Virtuelle Umgebung und aktiviert mal Pass-True. Sobald das aktiviert ist, wird euer Hintergrund zu dem Hintergrund, welches die Kamera sehen. Danach könnt ihr einen Browser zum Beispiel öffnen, YouTube und euch einen Film reinziehen, währenddem ihr rundherum seht, was in eurem Zimmer gerade abgeht. Das Ganze funktioniert so gut, ihr könnt auch aufstehen und euch vor diesen Bildschirm hinstellen und er bleibt an Ort und Stelle kleben. Das ist richtig schön gelöst. Ich glaube aber auch, dass die Quest in Zukunft noch mehr in Sachen Augmented Reality machen kann. Wie ihr gerade seht, zeichne ich hier gerade meine Grenzen neu auf dem Boden ein und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass die Quest jetzt erkennen kann, welche Gegenstände sich gerade noch im Raum in meinem Feld befinden. Ihr seht jetzt diesen Ventilator. Leider ist immer diese Schrift davor, aber ihr seht es. Dort sind solche Linien nach oben gezogen, die mir anzeigen, dass hier etwas ist. Die Form wird aufgegriffen von diesem Gegenstand und wenn ich diesen Gegenstand wieder aus dem Feld herausnehme, verschwinden auch die Linien. Wenn die Quest also meinen Raum demnächst komplett scannen kann und vielleicht ein neues virtuelles Overlay darüber legen kann, wäre das natürlich sensationell. Aber Leute, das ist leider noch Zukunftsmusik. Trick Nummer 7. Der Sensor für dein Gesicht. Ja, die Oculus Quest hat einen Sensor, welcher erkennt, ob du sie trägst oder nicht. Dieser Sensor ist genau zwischen den zwei Augen oben und es ist ab und zu von Nöten, dass die Quest nicht weiß, wann du sie ausziehst. Dazu kannst du einfach einen Post-it-Zettel nehmen, schneidest oben eine kleine Ecke aus und klebst diesen auf den Sensor. Damit lässt er sich auch ganz einfach wieder ablösen. Es ist jedes Mal dann wichtig für mich, wenn ich ein Online-Spiel zocke und die Brille abnehme, möchte ich nicht aus der Session fliegen. Trick Nummer 8. Zurück zur Realität. Ja, ab und zu kann es wichtig sein, dass man sehr schnell wieder in die Realität kommt, aber vielleicht möchte man dafür nicht die Brille ausziehen. Da gibt es jetzt einen ganz einfachen Trick. Ihr geht in die experimentellen Einstellungen und aktiviert mal Path-Through-Shortcut. Das aktiviert euch eine Funktion, mit der ihr durch zweimaliges Tippen auf der Seite der Quest sofort seht, was in eurem Raum los ist. Wenn ihr wieder zweimal an der Seite drauf tippt, seid ihr wieder in der virtuellen Realität. Kommen wir zum vorletzten Trick Nummer 9. Die Quest fernsteuern. Ja Leute, das habe ich mir schon lange gewünscht und endlich ist es wahr. Ihr könnt ja mit der Quest das Bild zu eurem Smartphone übertragen. Aber wenn ihr jetzt das Bild zum Smartphone übertragt, habt ihr völlig neue Optionen. Mit einem Klick auf den, einem Tippen auf dem Display, habt ihr jetzt die Möglichkeit App starten, Tutorial starten, Guardian zurücksetzen oder das Headset-Bild zurücksetzen. Meine Lieblingsfunktion hier ist natürlich eine App für den Anwender zu starten. Hier habe ich gerade Riches Plank Experience gesendet und der Träger der Brille muss nichts tun, außer zu warten, bis die App gestartet ist. Ein richtig cooles Feature, wenn man mal Gäste hat. Trick Nummer 10. Ja, Nummer 10 ist eigentlich gar kein Trick. Es ist SideQuest. Es ist ein Trick, um die Quest noch umfangreicher und besser zu machen. Mit der Software SideQuest habt ihr völlig neue Optionen auf der Quest. Ihr könnt Spiele installieren, welche es nicht im Oculus Store gibt. Ihr könnt Anwendungen installieren, die es dort nicht gibt. Ihr habt einen Dateibrowser. Ihr könnt den Bildschirm übertragen. Ihr könnt die Grafikqualität der Quest verbessern. Richtig viele tolle Sachen. Ja, Leute, und Oculus arbeitet bereits auch an einem zweiten Store, welcher diese ganzen Features anscheinend auch beinhalten soll. Aber bis es soweit ist, ist SideQuest wirklich eine der besten Lösungen. Wie ihr SideQuest nutzen könnt und wie ihr es installiert, das hat der Patrick von der Zockstube vorgemacht und hier oben rechts im Bild wird es nochmal für euch verlinkt. Das ist ein ganz tolles Video von Patrick, wo ihr dann genau seht, wie ihr das Ganze einrichtet. Das war wieder eines meiner Videos auf meinem Kanal, dem Zitronenarzt. Ich würde mich riesig freuen, wenn du jetzt da unten mich unterstützen könntest mit einem Klick auf den Abo-Button, wenn es dir gefallen hat. Natürlich auch Däumchen nach oben. Das freut mich auch immer. Ja, Leute, jetzt wird euch wahrscheinlich rechts und links noch ein Video eingeblendet. Vielleicht ist das eine oder andere etwas für euch. Aber ansonsten gibt es auch auf meinem Kanal Playlists zu ganz vielen verschiedenen Sachen. Die Spiele sind in Kategorien unterteilt. Es gibt Tutorials. Und ihr verpasst natürlich nicht, wenn wieder etwas in der Community abgeht. So, Leute, dann verbleibe ich wie immer mit. Spiel war Schönes. Vielen Dank fürs Abo. Tschüss.